Hallo, ihr lieben Meister, Manifestoren, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Herzlich willkommen bei einem neuen Video, in dem ich dir erkläre, was es mit deinen Ängsten auf sich hat. Weil du weißt, alles ist eine Reflexion von dir. Alles ist eine Manifestation von dir und von deinem Zustand. Und wir sind als Menschen in unserem Denken so gepolt, dass wir Angst haben. Angst, nicht zu genügen. Angst vor Zurückweisung. Angst, Fehler zu machen. Angst, etwas zu versauen. Und so, in dieser Angsthaltung generieren wir genau die Dinge, vor denen wir uns fürchten. Genau die Dinge, vor denen wir Angst haben. Wie oft hast du Angst, dass das Schöne, das dir gerade begegnet, das du gerade erleben darfst, einen dramatischen Abbruch nimmt? Diese Angst führt zu einer Energie, die dir das Schöne, das du gerade erlebst, wegnimmt. Und es ist nicht, dass irgendein Universum oder irgendeine Kraft außerhalb von dir dich möchte, dass du schöne Dinge erlebst, dass du ein schönes Leben hast, dass du eine schöne Beziehung hast, dass du dich geliebt fühlst, dass du dich gut fühlst, dass du dich richtig fühlst, dass du alle Wertschätzung dieser Welt bekommst. Nein, da ist keine Kraft, die dir das versauen möchte, die über dich hereinbricht, sondern das ist eine alte Annahme. Das sind alte Rückschlüsse, weil diese Angst immer wieder da war. Diese Angst, und du hast nicht gewusst, dass es die Angst ist, die dazu geführt hat, dass dir die Dinge genommen worden sind oder dass du verletzt wurdest. Dass du abgelehnt wurdest, dass du dich nicht gut genug gefühlt hast, dass du dich kritisiert gefühlt hast, dass du dich nicht angenommen gefühlt hast. Es war nur die Angst davor, dass du nicht gut genug bist, dass du einen Fehler machen kannst, dass du etwas Falsches sagen kannst, dass du etwas Falsches tun kannst. Genau diese Angst, die dich wie auf Eierschalen durchs Leben gehen lässt, die dich wie auf Eierschalen fühlen lässt, als könntest du irgendwie falsch sein. Genau diese Angst führt dazu, dass du im Außen immer wieder Begegnungen hast mit Menschen, die dir sagen, du bist nicht gut genug. Du genügst nicht. Ich will keine Beziehung mehr mit dir. Weder geschäftlich oder privat. Und du hast immer wieder das Gefühl, Menschen ziehen sich von dir zurück und möchten nichts mit dir zu tun haben. Aber das ist nicht der Grund, der bei den Menschen liegt, bei den anderen Menschen, sondern es ist der Grund, dass du für dich selber noch ein Selbstbild, ein Selbstkonzept, eine Ansicht über dich, über dich als Wesen, über dich als Mensch hast, der genau dazu führt, dass dir im Außen solche Situationen gespiegelt werden. Und in dem Moment, wo die Angst in dir hochsteigt, weißt du, dass du all das im Außen manifestierst, wovor du Angst hast. Und das passiert eben meistens in Liebesbeziehungen und in nahen Beziehungen, wenn es plötzlich so schön ist, wie es noch nie war. Wenn du dich plötzlich so geliebt fühlst, wie du dich noch nie gefühlt hast. Wenn du plötzlich denkst, du lebst im Himmel auf Erden. Und dann kommt der Gedanke, das kann nicht so bleiben. Das ist noch nie so geblieben. Was ist, wenn sie wieder weg ist? Fliege ich dann in ein riesengroßes Loch? Und genau diese Gedanken manifestieren, genau diese Gedanken sind Befehle. Diese Beziehung darf mir nicht bleiben. Diese Liebe muss mir genommen werden. Ich werde verletzt. Ich muss verletzt werden. Ich bin jemand, der wird dauernd verletzt. Und das sind nicht Gedanken, die dir bewusst sind. Aber es sind Gedanken, die du denkst. Es sind Gedanken, die dich schützen wollen. Es sind Gedanken, die dich vor Enttäuschungen schützen wollen. Die dich vor Verletzungen schützen wollen. Die dich dafür verschützen wollen, dass du wieder nicht gut genug bist. Und hier siehst du diesen Teufelskreis. Die Angst vor Verletzungen. Die Angst, nicht zu genügen. Die Angst, nicht gut genug zu sein. kreiert und manifestiert dir Umstände, Situationen, Begegnungen, Erlebnisse. Wo du immer wieder das Gleiche erfährst. Immer wieder das Gleiche erlebst. Und aus diesem Teufelskreis kannst du nur aussteigen mit einem riesengroßen Sprung. In dem du die Realität der Lügen, der Einschränkungen, der Fehler, der Nicht-Perfektion verlässt. Und einsteigst. Und einsteigst in eine Realität, in einen Seinszustand, in ein Bewusstsein, wo du genau weißt, dass alles, was jemals war. Und alles, was du jemals über dich gedacht hast, nicht die Wahrheit ist. Die einzige Wahrheit ist, dass du ein göttliches Wesen bist. Dass du absolut geliebt bist. Und dass du keinen Fehler machen kannst. Dass du fehlerfrei bist. Und dass es nur Geschichten und Erinnerungen, Denkmuster und Annahmen sind. Die dich immer wieder daran erinnert haben, was falsch gelaufen ist. Was du nicht gut gemacht hast. Wo du hättest besser sein sollen. Und diese Erinnerungen, diese kreieren sich und rekreieren sich immer wieder. Und das Gefühl, das Lebensgefühl, das sich daraus ergibt, ist Mangel. Ist absoluter Mangel. Und Mangel, wenn etwas fehlt, das verletzt. Weil diese Verletzung immer wieder sagt, du hast versagt. Du hast es nicht gut genug gemacht. Warum hast du es noch endlich nicht gut genug gemacht? Warum verstehst du es nicht? Und genau solche Gedankengänge, genau solche Ansichten, die führen dazu, dass dir genau solche Dinge im Leben immer wieder passieren. Bitte steig aus, aus diesen Lügengeschichten. Alle Geschichten, die du kennst, weißt, an die du dich erinnerst, die dich verletzen. Und vor denen du dich insbesondere versuchst zu schützen, werden sich immer wieder kreieren. Weil genau diese Angst, sich schützen zu wollen, die führt dazu, dass ich nicht die Person bin, die ich in Wahrheit bin. Denn es sagt mir immer wieder, du bist jemand, der nicht gut genug ist. Du bist jemand, der verletzt wird. Du bist jemand, der abgelehnt wird. Du bist jemand, der nicht geliebt wird. Und hier geht es darum, dir sonnenklar, sonnen, sonnenklar zu machen, dass genau diese Ansichten, diese Geschichten über dich nicht dementsprechend, was du wirklich bist. Du bist Gottes Perfektion. Du bist wunderbar. Du bist gewollt. Und wenn du dir diese Dinge nicht selber klar machst, dann wird es dir niemand im Außen klar machen können. Das ist Gesetz. Das ist Energie. Und so musst du anfangen, in dir selber nur noch Gedanken zu denken, die genau das sagen, was du im Außen reflektiert haben möchtest. Möchtest du hören, wie geliebt und anerkannt und wertgeschätzt du bist? Möchtest du es sehen im Außen? Möchtest du manifesten Beweis haben? Dann muss für dich sonnenklar sein. Ich bin geliebt. Ich bin wertgeschätzt. Ich bin gewollt. Ich bin die größte, perfekteste Kreation auf Gottes Erbblumen. Und wenn sich diese Sachen für dich, wenn du sie dir selber sagst, irgendwie noch komisch anfühlen, irgendwie gelogen, verlogen anfühlen, dann ist es genau dieses alte Ego-Denken, dieses Human-Design-Denken, dieses Menschen-Denken, das in Beschränkungen und Limitierungen denkt. Und es gibt nur einen Ausweg für dich. Rauszuspringen, wie durch eine Tür in eine neue Welt zu springen, als eine neue, perfekte Kreation Gottes hier aufzutreten, auf Erden. Und damit hast du neue Gedanken. Du hast neue Ansichten. Du hast neue Gefühle daraus. Und nichts auf dieser Welt kann dich stoppen. Du weißt, du bist ein Meister der Manifestation und Kreation. Du kannst nicht mehr zweifeln an dir, an deiner Kraft und an deiner Macht. Und genau darum geht es. Da liegt deine Power. Aber du kannst in diese Power nicht eintreten, solange du dich noch als limitiertes Menschenwesen, gefangen in Logik, Analyse und Geschichten begreifst. Komm durch diese Tür. Weil diese Tür für jedermann offen steht. Und weil diese Tür nur wartet, dass du hindurch gehst, heißt mein neues Programm auch das Portal. Das Portal, durch das du hindurch gehst und dich selbst neu erkennst, als das, was du schon immer warst. Aber in dieser menschlich limitierten Welt mit den menschlich limitierten Ansichten und Rückschlüssen und Ängsten hast du das nicht können, verkörpern. Und das nenne ich die Divine Sein-Reise. Ich reise durchs Leben, bis ich erkenne, dass ich göttliches Design bin. Und in dem Moment, wo ich mein göttliches Design erkenne, kann ich es leben. Und dann brauche ich meinen Verstand aus göttlicher Perspektive. Und das muss ich meinem Verstand neu beibringen. Ich muss neue Ansichten beibringen. Ich muss meinen neuen Verstand, neue Denkmuster beibringen, neue Ansichten beibringen. Ich brauche tiefes Wissen, damit ich aus diesem Wissen heraus denken kann. Ein göttliches Wissen, das mir ja schon immer zur Verfügung gestanden ist, das jedem zur Verfügung steht, weil wir sind so geboren. Und unser einziger Lebenszweck ist, herauszufinden, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit, warum wir hier leben. Die Wahrheit, welche Kraft und Power wir haben, eine Realität auszuwählen, in der wir uns wohlfühlen, geliebt fühlen, glücklich fühlen, angekommen fühlen, zu Hause fühlen. Wo wir uns so fühlen, wie es schon immer unser Wunsch war. Das Portal ist offen. Wir haben gestern gestartet, am 4.6. Du kannst immer noch eintreten, alles ist aufgezeichnet. Du kannst super schnell aufholen, dabei sein in dieser Gruppe. Eine wunderbare Gruppe, die alle genau wissen, wer sie sind. Und nur noch hier sind, das zu verkörpern, immer, immer tiefer zu wissen. Und Wissen heißt eben, aus dem Wissen heraus denken. Und wenn dir das vielleicht noch unheimlich ist oder zu viel, ich habe 1 zu 1 Gespräche, 20 oder 60 Minuten. Du kannst gerne 20 Minuten buchen und dann sehen, ob du zwei Monate mit uns im Portal, was quasi ein Bootcamp ist, dich so zu transformieren, dass du deine menschlichen Beschränkungen ablegst und in deine höchste Manifestationskraft eintrittst. In diesem Sinne, ich hoffe, dir gedient zu haben mit diesem Video. Schreib mir deine Kommentare drunter, like, teile, damit alle Menschen, die diese Nachricht hören müssen, diese Nachricht finden können. In diesem Sinne, bis ganz bald. In diesem Sinne, die speziellen разные Wissen herausfinden, bis ganz bald. Und ich... hier freue ich mich,